Auch wenn das öffentliche Leben heruntergefahren ist. Hier im Landtag sorgen wir dafür, dass Bayern handlungsfähig bleibt, indem wir die entsprechenden Gesetze erlassen. Mit dem Infektionsschutzgesetz sorgen wir dafür, dass das bayerische Gesundheitswesen nicht kollabiert. Mit einem Rettungsschirm sorgen wir dafür, dass die Wirtschaft nicht kollabiert. Gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen, die Liquiditätsprobleme haben. Das ist alles unheimlich wichtig, damit Bayern handlungsfähig bleibt. Genauso wertvoll, genauso wichtig ist aber die Arbeit eines jeden, der sich jetzt engagiert bis an seine Grenzen und darüber hinaus. Sei das ein Busfahrer, sei das Sicherheitskräfte, Pflegekräfte, die Krankenschwester, die Ärzte. Herzlichen Dank allen, die sich dafür einsetzen, dass Bayern diese schwere Zeit übersteht.